Strafrund, und hier kommen wir doch drauf, definitiv. Wende, definitiv. So, und zwar natürlich Steinwende. So, und zwar nicht für die Steinwende. So, und zwar nicht für die Steinwende. So, und zwar nicht für die Steinwende. So, und ich brauche einen Hammer. So, da habe ich den Research-Teller gebaut. Ich habe den gebaut, und bis dahin hat er sich aufgelöst. Oh man, ich glaube, fast. Ich habe keine Ahnung wie lange Loot liegen bleibt, liegen bleibt, aber ich glaube, der ist weg. So, ich nehme alle Lampen an. So, ich nehme alle Lampen an. So, ich nehme alle Lampen an. Ja, das ist okay. Ja, soviel dazu. Oder hab ich den auch mal getan? Oder überhaupt gebaut? Ich weiß es nicht. 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 Okay. 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 4.000 Steine, Wormchen. 4.000 Steine. 5. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 15. 16. 16. 16. 15. 22. 23. 25. 25. 26. 25. 29. 24. 30. Das war's für heute. die da unten die da unten wir auf jeden Fall Dekker also Mauer Okay. So. Noch eine Tür. Wir lassen ihn einfach mal offen. Es wird ein großes Zimmer. So. Zimmer, 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 Zimmer. Wand. Und dabei. Wenn er auch Fenster lacht. Fenster. 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 Eine Treppe. 1 Entschuldigung. Tid, Tid, Tid Tid, Tid 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 Das war's für heute. So, ich bin zum Baum. So, ich bin zum Baum. Ich brauche Sachen zum Bauen. So, was heißt denn in dem Salon? Fertig gebaute Sachen kommen hier rein. Fertig gebaute Sachen kommen hier rein. So, ich bin zum Baum. So, ich bin zum Baum, sage ich nicht. Wie ist es? Tausend Steine müssen da sein. Hier geht's rauf zu holen. Tür. Hier geht's ... Um ... Türen und hier kommen Fenster. Hier kommt eine Wand hin. Hier kommt eine Wand hin. Die Wand hin. Hier kommt eine Wand hin. Sie können sie mit der Wand hin. Sie können sie mit der Wand hin. Hier geht's raus und hier gibt's unsere schöne, äh... Fischernetz-Optik. Genau, Fischernetz-Optik. Hier geht's zu. Keine Worte. Keine Worte. Fenster. Soll ich hier nicht einen Schreck bekommen? Gut. Gut, gut, gut. Hier kommt ein Tisch in. Und hier kommt ein Tür hin. Und die Leute denken, das geht in die Küche. Weil er dann in der Küche ist. Tür. Schöne Seite innen. Hier kommen links die Beete hin. Die sieht man dann gar nicht. Küche, Küche. Hier kommt ein Stück. 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 So, dann könnt ihr auch noch mal einen Metallfront machen. Hier kommt man rein, Fenster, man sieht direkt, ob jemand arbeitet. Und die schöne Seite ist hier innen, um nicht gestört zu werden. Da kommen ja richtige Wände hin. Wenn ich abgedacht habe, wenn irgendwas los sein sollte, kann ich nur hier raus. Hier raus. Hier raus. Hier raus. Fenster. Fenster. Tür. So. Eigentlich müsste man hier in die Ecke und hier in die Ecke müsste man die Treppe. Hier raus. Ja. Hier raus. Trappe. Dekker. Dit ist ja. Hier kommt man drauf, hier ist eine Tür, hier guckt man in die Küche rein, genau, man guckt einfach in die Küche rein, man guckt in die Küche rein, das Küchenfenster von innen. Wir müssen die Küche drin auch raus gucken, haben dann allerdings hier nochmal eine Wand, der dann Küche rein, die Sterne und Zeit, Sichtschutz und dann eine Tür. Hier gehört die Küche rein. und hier kommt auch ein bisschen open was sehr hier oben das ist ja schade ok, so der Flieger, was haben wir fein wir haben uns über den Markt ok man kommt hier also man kommt hier rein man sieht ob hier jemand arbeitet und hier kommt der Grün und Dach drauf hier 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 Nein, drehen. Komm, wir haben es ja. So, das ist die Bar. Also, nee, nicht Bar, sondern Küche. Dann holen wir mal die Fridge. Das hier drin. Ein Glasfenster. Pass auf. Pass auf. Ja, warte mal. Haben hier schon Fenster drin? Hier haben wir noch gar keine Fenster drin. An den Seiten allerdings. Das größte Zimmer an der Seite bekommen wir ein Glasfenster. Zimmer Nummer 1. Glasfenster. 3, 1, 2, 3. Dann kann man noch ausgucken. So, da hier ein Zimmer ist. 1, 2, 3. So, das ist jetzt. 1, 2. 2, 3. 2, 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. muss es ja eigentlich vom innen kommen. Nochmal bei denen. Schauen wir nochmal, hier wollten wir das große zu meinem machen. Hier kommen wir rauf. Man könnte hier auch noch ein Zimmer nutzen. So. Hier noch einen hinlegen. Am Boden. Wand. So, hier sehen wir immer die Innenwände. Die Innenwände. Das heißt, hier sehen wir auch die Innenwände. Und der Kollege da drinnen sieht behagliche Außenwände. Die Innenwände. Genau. So. Zimmer hat, äh... Tür reicht's. Erste Tür reicht's. So. So schön. Tür. Von innen ist richtig. Also von... Dings aus. So. So. Du kommst rein. Was ist denn das jetzt da? Das ist der Gang. Weiß man das? So. Da kann auf jeden Fall ein Dach drauf. Auf jeden Fall ein Dach drauf. So. So. Eins. Zwei. Auf jeden Fall. So. Wir haben noch etwas hier. Schauen wir mal, schauen wir mal. Weiter im Text. Das ging nicht. Ich weiß nicht warum. Hier kommt der Kühlschrank hin. Hier kommt der Kühlschrank hin. Hier kommt der Kühlschrank hin. Der steht da jetzt aber doof. Kann ich den nicht wegnehmen? Hier kommt der Kühlschrank hin. 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 Vielen Dank. Bar. Hier ist es vielleicht nur für Angestellte. Tür. Hier wieder ein bisschen rustikaler noch. Oder? Ja, kann man einen Tisch bauen? Gerade nicht. Oder ein Schloss. Schloss von wegen hier. Eine geschlossene Gesellschaft. Was habe ich jetzt gemacht? Woher weiß ich denn jetzt, dass der Schlüssel auf die Tür passt? Was? Da steht falsch rum. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das 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 für ein Scheiß? Ah. Fritz. Große Käste. Große Käste. Tür. Wand. Also Innenwand. Große Käste. Große Käste. Lampken. Lampken. Große Käste. Lampken. Hier finden wir Lampken. Lampken. Wie kommen wir denn auf die Hühne? Lampken. 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 Ja, da kommt auf jeden Fall so einem an. Nur kurz so. Okay. Du wirst es gar nicht mitbekommen, wenn hier irgendwelche Leute sind, in dem Raum unterwegs sind. So, wir kommen auf diese Halbtreppe. Drinnen ist natürlich alles rustikal. Oh, unser Chaos. Verdammt. Fünf Cuttings. Das bekommst du. Und Feuer. Da ist eine Kiste raus. Da muss eine Kiste. Schließen wir kommen dann los. Guck mal, da fehlt immer diese Flamme drin. Guck mal. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Auf jeden Fall machen wir das hier natürlich zu. Das war's. 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 Sehr schön. Dann haben wir ihn an. Nice to see. Ich glaube, das sieht schon von draußen, sieht ganz cool aus. Ja, kann das echt gar nicht sein. Ich glaube, ich will nicht schreien. Leicht aus. Was macht er denn da? Die Welt, die wir sehen, dass die Welt nicht mehr. Wenn wir jetzt noch einmal nach Hause nehmen, wird die Welt geflucht. Die Welt zu sehen. Dann sind wir noch eineielle Schwung. Das ist ein Mal. Ich glaube, wir sehen, dass die Welt nicht ist. Er fliegt auf jeden Fall in der Bucht lang. Okay. Okay. Wie gesagt. Gut. Floor. Falsch. Da hin. Da hin geht nicht. Und hier kommt zu. Aber Außenmauer. Weil die Wand eben so ist. Außenmauer. Hier ist Außenmauer. Auf jeden Fall. Das ist Außenmauer. 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 Was soll da eigentlich gut sein? Das ist Außenmauer. Das ist Außenmauer. Da darf man nicht durchgucken. Das ist Außenmauer. 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 5.000 Einzige Waffe, 4.6 Das war's. Die Schrauben die Schrauben die Schrauben auf dem Schrauben aufgelenken. Große Schilder. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Das Fett auch. Das Fett auch. Das Fett auch. Wo sind denn die ganzen Seine? Achtung, sechs, neun, acht, neun, acht, neun, acht, neun, neun, acht, neun, zehn, neun, sein, neun, eins, neun. Vielen Dank. Wer verrückt genug ist, kann er da runterspringen. So, und dann hat man hier quasi, ich will mal gucken, noch ein paar Blumenbänke. Kann man die wieder abnehmen? Kann man gar nicht sein? Kann man gar nicht sein? Ich glaube für die, für die Dinger braucht man auch wieder ein Holz. Okay. 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 Allzu viel. Die Zeit, wo die gebaut werden. Wir machen das dann hier so auf der Höhe. Ein wenig, damit da kein Schwein reinfällt. Okay. 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 Juhu. Juhu. Fertig. 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 Geht nicht? Geht. Okay. Fertig. 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 Eine, haben wir eine? Fertig. 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 Ja. Fertig. Aber ganz schnell. Und alles hier rein. Fertig. 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 Das ist am Supermarkt. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall am Supermarkt. Das sind ja so viele Makler von Leuchtturmen, da sieht man sogar die Kuppe hin. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Die Kuppe hin. 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 Also. Gelootet. Die Kuppe hin. Keine Ahnung was da drin ist. Die Kuppe hin. 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 Ich lasse die Drog und lasse es füllen. Hallo? 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 Da kam ich zu spät. Ja? Das war's. Das war's. Das sind alles grau. Also den Airdrop hat niemand weggeschaut. Nein. Was ist das für eine Falle? Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schuss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da ist der Mining Outpost Oh, come on, mich hier landet man Okay. 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 Nice. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, ich geh schon wieder runter. Das war's für heute. 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 Plot. 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 Was ist das? Eine Kiste? Ich glaube, das war das... Was ist das? So, dann raue ich mir da noch ein Schlafsäckchen. Auf der Rückseite. Okay. 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 Und wir sind A12. A12. B. E. A12. 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 Das war's für heute. Das Auto ist gut. Das war's für heute. 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 Um... Was hab ich denn jetzt runtergeworfen? Okay. Okay. Um... Okay. 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 Wenn die Hubschrauber käme, bin ich auch schon mal im Arsch. Na, wir sind gleich da. Leider habe ich keine Fläche da drin. Ich habe 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 keine Fläche da drin. 25 6.000 Heutz, 21 Stunden, was fehlt noch, Steine fehlen, kommt besser zu viel, zu wenig, Glück, ein Tag, 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 powerful, ans Alright, was fehlt noch, Schalzer, graveyard noch, Steinwelt, Steintreppe, Steinbund, das heißt ein Steinbundbuch. Steintreppe, Steinbund, das heißt ein Schuss, das ist ein Schuss. Research. 205 Moment. Steintreppe. Scrape. Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Die Schuss, das ist ein Schuss. Die Schuss, das ist ein Schuss. Die Schuss hat es ausgedeckt. Das ist nachher irgendwie für Waffen, glaube ich. So, was kann ich bauen? Was ist das? Was ist das? Canfire. Barbecue. Das ist mein ... 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 Jetzt aber. Steine. Ist das genug Steine? Ich glaube ich brauche 300 oder? Ich brauche das einfach. Ich brauche das einfach. Okay. So. Das hier wird auf jeden Fall uns Brüchteckholz Also Brüchteckholz Gut Dann mal los Auf Hier von da Hier 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 Führer doch. 6.000 und wir haben 6.000. 6.000. 6.000. 7.000. 7.000. 4.000. 10.000. Und Hmmmm So Item to research Ich darf gleich mal gucken Barbecue In die Bar hier ist natürlich Quatsch Auf der anderen Seite Kann man das ja wieder mitnehmen, ne? Bisschen nur an Zehn, kann man Das ist... Tisch, Kiste, R, noch mal R. 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 Das war's für heute. 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 Stuff. 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 Das war's für heute. 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 Das ist natürlich noch Quatsch. Da ist natürlich noch Quatsch. Das ist natürlich noch Quatsch. Oh. Ja. So, jetzt mal ein bisschen rein. So, jetzt mal ein bisschen rein. So. So, jetzt mal ein bisschen rein. So, jetzt mal ein bisschen rein. Hier muss ein Fenster drauf. Dann wird die dicht gemacht. Noch nicht. Kürbis. So, jetzt mal ein bisschen rein. 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 So, jetzt mal ein bisschen rein.